so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die ich mag es von gao die i like it unfassbar fette fächer batterie hier könnt ihr das sehen oben unfassbar guckt euch das an im 25er kaliber anschuss hat die 25 steht hier oben und auch das kaliber beträgt 25 millimeter hier ist auch ganz geil beschrieben die effekte also könnt ihr euch ja mal durchlesen wenn ihr wollt was ich nicht denke an dem hat das fette teil hier 350 gramm und ich freue mich schon so das ding zu zünden ja wie gesagt bei pyrostation gekauft für ungefähr 17 oder 16 euro weiß es nicht mehr und wundert euch man doch ein bisschen übertrieben hier mit der lunte wir haben ein bisschen die lunte überhaupt verlängert dass mir genug zeit haben zum weggehen weil er ja auch den fächer auf die kamera kriegen wollen weil der rachial ist okay dann würde ich mal sagen heute sehen wir uns gleich bei der zündung ich werde ein bisschen vorspulen denke ich mit wenn ich das anzünde so nehme ich sonst ein bisschen zu lange egal bis gleich zur zündung lasst es euch schmecken und los geht's die gau i like it jetzt wird es richtig fett die gau i like it jetzt wird es gleich richtig still und wir haben zeit ländern wir haben zeit wir haben ja die lunte verlängert die länder verlängert also läuft wieder ja Alter! Unfassbar krank! Alter Falter! Furler Krank!